Hallo von Herbert Lanschnigg aus Salzburg. Hiermit teile ich sehr gerne meine Erfahrungen mit der Austestung des virtuellen 9010 MedBet. Habe ich am 4.1. testen dürfen, diesen 8 Stunden kostenlosen Test. Ich habe dazu auch noch meinen Bruder und meine Mutter mit eingeladen, obwohl die eigentlich mit so feinstofflichen Energieübertragung überhaupt nichts am Hut haben. Ich selber beschäftige mich allerdings schon seit ungefähr 10 Jahren mit einer selbstentwickelten Kristalltechnologie zur Fernenergieübertragung und habe dadurch auch schon sehr viele Rückmeldungen und Feedback und Möglichkeiten gefunden, wie man die energetisch positive Wirkung von Energiearbeit mittels Biofeedback-Geräten austesten kann. Bei diesem Test am 4.1. haben wir alle drei relativ wenig gespürt, muss ich dazu sagen. Es war ein bisschen ein erwärmendes Gefühl, Hinterkopf und Rücken- und Schulternbereich. Aber das Interessante ist eben, wie gesagt, ich habe sowohl mich, meinen Bruder, als auch meine Mutter vorher mit einem TDS-Diagnose-Scan-Gerät ausgetestet, mit dem man sowohl die Aura, die Chakren, die Meridiane und die gesamte Körperenergie sehr gut vergleichen kann und habe das dann 10 Minuten nach dem Test, sprich also 90 Minuten später, nochmal verglichen. Was dabei herausgekommen ist, zum Beispiel bei der Aura von meinem Bruder, hat vorher gehabt, 30 Prozent ist nachher aufgegangen auf 52 Prozent. Der Chakra-Durchschnittswert, also wenn man alle Chakren zusammenzählt, durch sie dividiert, war vorher 25 Prozent, ist nachher aufgegangen auf 49 Prozent. Die Meridian-Energien, genau das Gleiche, alle zwölf zusammengezählt und dann durch zwölf dividiert, ist herausgekommen 34 Prozent. Nach Abschluss dieser Med-Bet-Austestung ist er nachher aufgegangen auf 65 Prozent. Und die gesamte Körperenergie war vorher 30 Prozent bei meinem Bruder und ist nachher aufgegangen auf 52 Prozent, also alles durchwegs, auch wenn man nicht so viel davon wahrnehmen konnte, mit der Biofeedback-Austestung ist es also tatsächlich die Wirkung messbar. Was noch interessant ist, es wird auch angezeigt, das sogenannte biologische Alter, das war bei meinem Bruder vorher 60 Jahre. Nach der Med-Bet-Anwendung ist es angezeigt worden, 51 Jahre, also Reduzierung um neun Jahre. Biologisch, energetisch, wenn man es einmal so sagt. So, warum ich hier mit dieser Med-Bet-Technologie sehr gerne weiterforschen möchte, ist durchaus nachvollziehbar. Einerseits weiß ich, wie ich die Wirkung messen kann und andererseits habe ich selber noch ein Problem, das ich gerne austesten möchte und das ist bei mir Diabetes Typ 2. Und wenn mir da hier das Med-Bet mit diesem kostenlos möglichen erweiterten Test hier helfen kann, dann würde ich das sehr gerne sozusagen hier auch wieder entsprechend kommunizieren. Ja, das war es soweit von mir aus Salzburg. Schönen Gruß und weiterhin viel Spaß und Freude mit dieser Technologie.